Nachruf auf Neshon Brietlaff Ein Leben voller Leidenschaft und Talent mit großer Trauer und tiefer Bestürzung geben wir heute Abschied von einem der aufstrebendsten Talente der Rap-Szene, Neshon Brietlaff, bekannt. Neshon, der am 15. Juli 1990 in New York City geboren wurde, verstarb am 25. September 2023 im Alter von nur 33 Jahren. Sein viel zu früher Tod hinterlässt eine schmerzliche Lücke in der Welt des Hip-Hop und der Musik allgemein. Neshon Brietlaff war weit mehr als nur ein Rapper. Er war ein Künstler, dessen Texte das Leben und die Erfahrungen seiner Generation widerspiegelten. Sein musikalisches Talent und seine Leidenschaft für das Schreiben zeigten sich schon in jungen Jahren. Er wuchs in den Straßen von Harlem auf, einer Umgebung, die oft von Armut und Herausforderungen geprägt ist. Doch statt den Kopf hängen zu lassen, kanalisierte Neshon seine Energie in die Musik. Schon früh begann er, eigene Texte zu schreiben, die von den Realitäten seines Lebens erzählten. Mit seinen scharfen Beobachtungen und klugen Wortspielen konnte er die Gefühle und Gedanken seiner Zuhörer auf eine Art und Weise ausdrücken, die sie tief berührte. Seine Musik wurde zu einem Sprachrohr für all jene, die ähnliche Erfahrungen machten und sich in seinen Liedern wiederfanden. Im Jahr 2010 veröffentlichte Neshon Breedlove sein erstes Mixtape, Harlem's Finest, das sofort Aufmerksamkeit in der lokalen Rap-Szene erregte. Seine ehrlichen Texte und sein unverwechselbarer Flow verschafften ihm rasch einen wachsenden Fanstamm. Doch Neshon wollte mehr als nur lokal erfolgreich sein. Er träumte von einer Karriere, die die Grenzen von Harlem und New York City sprengte. Dieser Traum wurde Realität, als er 2012 von einem renommierten Plattenlabel unter Vertrag genommen wurde. Mit seinem Debütalbum »Echte Geschichten« eroberte er die Charts und erlangte landesweit Anerkennung. Songs wie »Straßenleben« und »Harte Zeiten« wurden zu Hymnen für eine ganze Generation, die mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Neshon Breedlove war nicht nur ein begnadeter Rapper, sondern auch ein visionärer Künstler. Er setzte sich stets für soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung ein und nutzte seine Bekanntheit, um auf wichtige gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen. Seine Songs waren nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein Spiegelbild der Realitäten und Ungerechtigkeiten, mit denen viele Menschen konfrontiert waren. Neben seiner musikalischen Karriere engagierte sich Neshon auch für wohltätige Zwecke. Er gründete die »Briedlove Foundation«, eine Organisation, die benachteiligten Jugendlichen in Harlem Zugang zu Bildung und kultureller Förderung verschaffte. Er glaubte fest daran, dass Bildung der Schlüssel zur Überwindung von Armut und Ungerechtigkeit sei, und setzte sich leidenschaftlich dafür ein. Neshon Breedlove war jedoch nicht nur ein ernsthafter Künstler und Aktivist, sondern auch ein humorvoller und warmherziger Mensch. Er hatte die Gabe, Menschen mit seinem Lachen und seiner positiven Einstellung zu inspirieren. Freunde und Kollegen erinnern sich an seine Großzügigkeit und an die vielen Momente des Lachens, die sie mit ihm geteilt haben. Sein musikalisches Erbe wird weiterleben, denn Neshon Breedlove hat zahlreiche Alben hinterlassen, die auch in Zukunft Menschen auf der ganzen Welt inspirieren werden. Seine Texte sind zeitlos, seine Botschaften bleiben aktuell, und seine Musik wird Generationen überdauern. Neshon Breedlove wird von seiner Familie, seinen Freunden, seinen Fans und der gesamten Musikwelt schmerzlich vermisst werden. Sein Tod hinterlässt eine unermessliche Lücke, die nicht leicht zu füllen sein wird. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass sein Erbe in seiner Musik und in den Herzen all jener weit erlebt, die von seiner Kunst berührt wurden. In diesen schweren Stunden möchten wir uns an die Worte eines seiner eigenen Songs erinnern. Die Zeit vergeht, doch die Erinnerung bleibt. Neshon Breedlove wird immer in unseren Herzen und in seiner Musik weiterleben. Ruhe in Frieden, lieber Neshon. Du wirst unvergessen bleiben. Ruhe in Frieden, lieber Neshon. Ruhe in Frieden, lieber Nesu. Ruhe in Frieden, lieber Nes naktermine im Frieden. Untertitelung des ZDF, 2020